Nur ein Steintopf, völlig uninteressant. Ein kleines Beistelltischchen, sehr gemütlich. Säcke voller Müll. Die Leute hier sind sicher keine Umweltschutzfreaks. Ein nicht sehr hübsches Ölgemälde. Eine Truhe. Eine Truhe. Eine Truhe. Eine ziemlich wurmstichige Holzkommode. Ein alter Schreibtisch. Wirkt ziemlich wackelig. Eine Metallkiste. Da ist ein Schloss dran. Das sieht mir wie ein Spülbecken aus. Hey, ich glaube für dich hatte ich einen Brief. Moment. Ach nein, das schreibt sich ja komplett anders. Eine ziemlich wurmstichige Holzkommode. Eine Schrankwand. Da ist bestimmt nur Müll drin. Ein kleines Beistelltischchen. Sehr gemütlich. Ein rußverschmierter alter Ofen. Nichts weiter. Eine große Metallkiste. Eine Feldkiste. Da ist ein Schloss dran. Eine ziemlich wurmstichige Holzkommode. Der Hacklotz erinnert mich an körperliche Arbeit. Weg hier. Ich mach mich wenigstens nicht mehr. Nützlich hier, du fauler Sack. Geh erstmal zu Wesley. Er hilft dir weiter.